Die Gruppe half past selber schuld mit einem Bühnencomic und man muss sagen, das war bisher wirklich sozusagen das allerbeste Puppenspiel. Warum? Weil es tatsächlich so wirkte, als seien die Puppen echt. Das lag hauptsächlich daran, dass auch wirklich die Kameraführung auf die Nummer abgestimmt war. Also man stand nicht blöd und hat dadurch sozusagen die Leute in Schwarz hier und da mal gesehen, sondern die Kameraführung war auf die Nummer komplett abgestimmt und man hat das wirklich sehr gut in Szene gesetzt mit Großaufnahmen, Totalen und so weiter und so fort. Und man sah überhaupt gar nicht diese Leute und hat wirklich sozusagen, ist in diese Comicnummer konnte man abtauchen. Ob das jetzt unbedingt ein Bühnencomic ist, wie man das nennen möchte und so. Ja, also Comic, ja, also über die Bezeichnung kann man sich streiten, finde ich es nicht so passend, ist aber egal. Aber das war wirklich die allerbeste Nummer, weil die Puppen wirklich total echt wirkten und nicht so rüber kamen sozusagen, ach hier, da sehen wir jetzt den Comicspieler, den Puppenspieler, der dann rumfummelt. Und interessant fand ich dann auch, wenn man dann gesehen hat, wie viele Leute da tatsächlich dann daran beteiligt waren und die Puppen gespielt haben. Das fand ich schon krass sozusagen, man war dann sozusagen eigentlich total überrascht, was so viele Leute, von daher sozusagen, weil ja wirklich die Kamera ordentlich drauf abgestimmt ist, was bei den meisten Bühnennummern hier nicht gemacht wird. Und weil anscheinend das so totale Profis sind, da ist immer die Frage sozusagen, ob das hier nicht engagiert oder eingeladen oder wie das RTL gerne nennt, was das hier wirklich ist. Aber das war echt eine extrem gute Nummer, was aber wirklich sozusagen hauptsächlich an der guten Kameraführung lag. Zum Beispiel bei diesen XXL-Lichtpuppen hat die schlechte Kameraführung das natürlich so ein bisschen versaut. Vielen Dank. Vielen Dank.